Herzlich Willkommen zum neuen Unboxing Video hier beim Arzenberger Online Kanal. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich freuen, wenn ihr unten rechts in der Ecke auf den Abo Button klicken würdet. Somit abonniert ihr meinen Kanal und verpasst kein Video mehr, welches ich in Zukunft hier für euch rausbringen werde. So wie immer, wir fangen sofort an. Ich habe wieder mal was schönes neues besorgt und zwar, man kann es hier schon ganz groß lesen. Knick Knacks. Allerdings in einer neuen Sorte und zwar sind das die Burn Hot & Spicy. Werden hier beschrieben mit einer feurigen Gewürzmischung, sehr scharf. Da habe ich gedacht, das ist genau das Richtige für deinen Kanal. Wir haben ja öfters hier schon scharfe Sachen gehabt. Wir haben ja mittlerweile sogar eine eigene Schärfetabelle, die geht von 1 bis 10. Wobei die 1 für mega low steht, also kaum spürbar. Und die 10 ist natürlich dann mega krass, sag ich mal. Schön am Brennen. Wer sich noch erinnern kann an unser Video Nummer 12, die Hellfire Nüsse mit dem Carolina Reaper Chili. Das ist meine Nummer 10, also das ist das höchste was man hier erreichen kann. Aber ich vermute mal nicht, dass die so scharf sein werden. Aber wir werden sehen. Also bezahlt habe ich dafür 1,59 Euro. Das ist eine 110 Gramm Packung und bestellt habe ich die mal wieder, wie so oft in letzter Zeit bei World of Sweets. Einem großen Online Versandhändler für hauptsächlich Lebensmittel. Nun gut, wie dem auch sei, wir fangen jetzt mal an und gucken uns erstmal die Zutaten an. Die verbergen sich hier. Ich hoffe man kann das jetzt hier halbwegs lesen. Das spiegelt ein bisschen. Ich hoffe man kann es trotzdem lesen. Auf der Rückseite haben wir eine Nährwerttabelle. Kennen wir auch mittlerweile alles. Und wen das hier alles interessiert. Was da so drin ist. Kann natürlich an dieser Stelle gerne Pause machen und sich das ganz genau durchlesen. Aber wie immer, wer mich und meinen Kanal kennt, der weiß ganz genau, es geht hier nur um eins. Und das ist der Geschmack. Und in dem Fall natürlich auch die Schärfe. Deswegen wollen wir sie mal raus. So, type Schnicknicks halt. Man kennt sie, wie gesagt Nüsse mit knusprigem Teigmantel. So, wir zoomen mal wieder hinein. Jawoll, geil sehen sie aus. Die würde ich jetzt aber nicht durchschneiden. Wie gesagt, da sind Erdnüsse drin. Jeder kennt das. Ich werde jetzt den Geschmackstest machen. Auf jeden Fall. Ja gut, die sind ein bisschen mehr gewürzt. Das sage ich jetzt mal wie normal. Aber jetzt irgendwie von Hot zu reden. Testen wir mal noch einen. Ja. Lecker auf jeden Fall. Aber ja, Hot ist für mich auf jeden Fall was anderes. Na gut, jetzt brennt es ein ganz kleines bisschen auf der Zunge. Okay, also da lege ich mich jetzt schon mal fest. Die Dinger bekommen von mir eine 2. Ja, mehr eigentlich auf keinen Fall. Also wie gesagt, von Hot & Spicy sind wir glaube ich ziemlich weit entfernt. Aber sie sind lecker auf jeden Fall. Wie gesagt, ein bisschen mehr gewürzt wie die normale Sorte, sage ich jetzt mal. Aber auf jeden Fall super essbar und wie gesagt, absolut nicht scharf meiner Meinung nach. Na gut, schreibt mir mal was dazu in die Kommentare. Mögt ihr Nicknacks? Habt ihr die Sorte hier schon mal probiert? Wenn nicht, auf jeden Fall mal nachholen. Alles klar. Dann würde ich sagen, wem das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wem nicht, einen Daumen nach unten. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Arzenberger.